Liebe P6-TV-Fans, die Sensation, die drei Moderatoren, die drei Deppen von uns, Rolando, der geile Italiener, der Hengst des Jahres, Daniel, unser Profi aus dem Saarland, und Schorni, unser Glückspringer. Wir wollen heute grüßen, Roli, du fängst an. Ja, ich fang mal an. Erstmal will ich sagen, das ist der Schorni, der alte Grombiererfresser. Der ist schon mittlerweile auch Hundefresser, ein echter Rotalbener. Ja, der Daniel ist der Saarland, er hat heute auch mal wieder den Tagesschein errungen. Er soll normal um zwölf Stunden wieder über die Grenze sein. Ja, ich grüße einfach mal los. Ich grüße natürlich alle Ludwigswinkler, alle aus dem Darnertal, das ganze Vivo-Oro-Team, der ganze Parkplatz in Termasens, und hier natürlich auch die Lady, die so blöd durch die Kamera läuft. Dann grüße ich natürlich mein Baby, die daheim sitzt, die Mimi, und natürlich Silvio Berlusconi, der Osama, der war heute in Baden-Baden. Mafia. Genau, die Angie. Und dann will ich einfach nochmal dran erinnern, die Azuri. Yes, we can. Yes, we can. Und jetzt geht's weiter mit dem Daniel. Yo, meine Eltern habe ich heute schon gegrüßt. Ich grüße erstmal die beiden Opas neben mir. Die sind ja ungefähr dreimal so alt wie ich. Okay. Ja, und ich habe noch dreimal so viele Haare. Ansonsten grüße ich meine künftige Frau, auch wenn ich sie noch nicht kenne. Schatz, ich liebe dich. Ja, wenn ihr... Wir lieben dich, Schatz. Freunde, Mädels, wenn ihr Daniel richtig süß findet, bitte schreibt uns. Shawnee at P6.de. Ich lasse, tu dann die E-Mails an Daniel weiterleiten. Daniel sucht eine richtig süße Maus. Ganz lieber Junge. Ist das gerade nett, peinlich, oder so? Also, jetzt grüße ich doch hier alle Fans und natürlich unsere Kammerfrau, mein Schatz, die die Maike. Meine ganze Familie, FC Rotalben, ganz Rotalben, Wald, Fischbach, Winsberg, Firmas. Also wir grüßen alle. Okay, yes, we can. Und unser Spruch ist... Bleibt uns treu. No, das geht besser, Alter. Und noch einmal. Eins, zwei, drei, bleib uns treu. Yeah.